Wir bitten Gott darum, dass während der Bauarbeit kein Unfall passiert und niemand zu Schaden kommt. Kontinuität ist bei Schub weltweit ein wichtiger Erfolgsfaktor, auch hier in Mexiko. Der Neubau hier in Mexiko wird der größte Neubau von Schub außerhalb von Deutschland sein. Ganz besonders freut es mich, dass viele der Kollegen schon fast seit der Gründung der Internet-Mexiko immer mit dabei sind. 17 Jahre in Mexiko gab es aus Produktsicht eine lange Zeit und wir konnten zahlreiche Produkte neu und weiterentwickeln. Es ist ein inzio von einer Etapa, auch noch retterend und großartig. Wir sind hier sehr froh, dass wir uns in unserer neuen Haus haben. Und hier gibt es eine neue Haus, aber wie wir uns in realisieren, diese Vision und die großen Objektivität haben. Heute können wir sagen, dass es ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer Schritt für Schub. Es decir, es lo más valioso que poseemos. Es el único recurso que podemos usar o desperdiciar y eso solo depende de nosotros. Heute les puedo decir que la espera bien ha valido la pena, cada desacierto y trago amado. Que todo se resume a que en algún punto solo hicimos lo que teníamos que hacer. Y eso nos ha traído hasta ahora. Recuerda, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y aunque algunas veces creas que tus decisiones no te llevarán al camino que deseas, podrías llevar tu cartaje a soltar. Recuerda, si lo puedes lograr.